Hi Leute und herzlich willkommen zu einer anderen Folge von In Famous Seconds Sun und wir machen hier wieder weiter. Ja, besser ging's ja echt nicht. Stimmt, auf geht's. Gehen wir mal dorthin. Mal schauen wir einfach mal wie weit wir heute kommen. Wir kommen sowieso schon echt gut voran. So, aufpassen. Ah, ist ja gleich da vorne, ist ja gar kein Problem. Mal sehen wie lang das Spiel überhaupt noch geht. Ist vielleicht ganz da hoch, aber wenn das Spiel so möchte, dann mach ich das auch. Genau hier. Mal sehen, wenn ich sowas an hätte, würde ich es schnellstens loswerden wollen, weil, also, weil sie potthässlich sind. Und weil sie förmlich schreien, greif mich an, ich bin ein potentieller Bioterrorist. Also braucht man einen ruhigen Ort, um sich umzuziehen. Mit einer verschließbaren Tür. Und einer Sitzgelegenheit. Ein Dixi-Klo wäre perfekt. Zwei Fliegen mit einer K... Okay. Ein guter Anfang. Ich hab auch keiner drinnen. Ich verstehe gar kein Deutsch. Ja, du kannst es ihnen ja beibringen. Nein, super. Mobbing in zwei Sprachen. Okay, gucken wir mal die ganzen Dixi-Klos an. Hä? Ist aber schon komisch, dass wir die ganze Zeit hier durchgucken, durch die ganzen Toiletten hier. Nein. Okay. Und, ja. Mal schauen. Vielleicht auch keiner. Gucken wir mal hier drinnen. Hey, ich bin nicht vom DUP. Oder ein Spinner, der rumläuft und besetzte Dixi-Klos aufreißt. Nein, ich hab ihn zuerst gesehen. Oh nein. Oh nein. Okay, was ist jetzt? Hey, Dalson. Ich bin im Lantern-District. Bist du noch hier? Ja, wird auch Zeit, dass du kommst. Was ist hier los? Ich lasse dich ein paar Stunden allein und plötzlich stürzen sich Engel auf die Menschen. Muss mit dem Conduit zu tun haben, den wir suchen. Ich hab einen Haufen DUP-Häftlinge befreit. Ich glaub, einer ist unser Mann. Ein Glück, dass der große Bruder da ist. Flüchtige finden ist mein Job. Na, dann halte Ausschau noch jemanden in einer schwarz-gelben Weste. Auf dem Hing-Hei-Market lag so eine. Wohl sauschwer auszuziehen. Überall Schlösser. Mensch, Brüderchen. Du wirst noch ein echter Personenjäger. Wenn wir zurück sind, kannst du mein Deputy werden. Dann hättest du auch mal einen Job. Oh nein, danke. Ein Cop in der Familie ist peinlich genug. Okay. Dann schauen wir mal und ziehen wir mal um. Damit wir nämlich Hinweise finden. Und ich wusste nicht, dass der bleiben muss. Deswegen bin ich weggegangen. So. Da sitzt einer auf einem Kran. Den kriegen wir. Was dagegen, wenn ich mich anschließe? Okay. Eine Bauchstelle. Jetzt da rüber. Okay. Da. 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 Nein. Wir müssen da hoch. Oh, ich glaube wir müssen noch nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt klug ist, das zu machen. Hey du da oben, ich mach dir einen Vorschlag. Wir setzen die Jagd auf den Boden fort, wo es sicher ist und du kriegst 10 Sekunden Vorsprung. Alter. Okay, dann fangen wir ihn mal. Ich will es, dass du auch noch in der Luft bist. Vielleicht auch die falsche Fähigkeit jetzt. Okay. Fangen wir ihn einfach mal. Hm. Wie läuft's denn so, Deputy? Wie der Schöpfer der Engel nervt mich echt. Die schnappen sich alle Conduits und ich komm nicht nach. Und? Alles beim Alpen? Und als wären die Engel nicht schon schlimm genug, mach doch noch so eine fiese Gangjagd auf die Westenträger. Ja, das sind Akulas. Eine fiese Schlägerbande, die im International District ihr Unwesen treibt. Halte dich von denen fern. So weit, so gut. Aber diese Typen sind... Allerletzte Dreck. Woah, woah. Woah, was war das? Du brauchst jetzt einen Cop, Brüderchen. Hör zu, komm zum Dixi-Clo am Hing-Hey Market. Ich hab da eine irre Idee. Okay, wir treffen uns am Dixi. Hör mal, ich weiß ja nicht was. Vertrau mir. Ich bin ein Cop. Das erwähnst du wohl ganz gerne mal, was? So, mit der Nierenfähigkeit bin ich natürlich schneller. Aber habt ihr auch gehört das Geräusch? Als ich das eine benutzt habe? Oder war ich jetzt gerade einfach nur jetzt bei mir? Ich hab keine Ahnung. Aber mit der Nierenfähigkeit kommt man echt sehr schnell voran. Ist auch sehr hilfreich. Schick. Was sagst du? Ich meine, war ein bisschen schwer anzuziehen. Besonders da drin. Da war wohl jemand im Thai-Imbiss. Aber was sagst du? Jag mich. Du willst, dass ich dich jage? Ja, ja, ja. Jag mich. Schieß auf mich. In meine Nähe. Meine Nähe. Und dann sehen wir, was passiert, wenn die Engel aufkreuzen. Ja, weil meine Trefferquote bei den Engeln auch so unglaublich hoch ist. Wenn sie dich schnappen, Mann, bringen sie dich sonst wo hin. Ja, ich weiß. Okay, hör mal. Du verlierst doch immer dein Telefon und benutzt meins, um es zu finden. Und? Und wir haben eine GPS-Verbindung. Du bist also ein großes, laufendes Ortungsgerät. Okay. Gut. Aber alles muss aussehen wie echt, okay? Nicht zu echt. Nur echt genug, um die Engel zu täuschen. Kapiert? Ein Treffer in die Stirn würde echt aussehen. Nein, nein, nicht. Bau einfach keinen Scheiß. Nicht schlecht. Oh, und ob ich ein Arsch sein werde. Oh, fürchtet mich! Ich bin ein Bioterrorist! Flieht voller Angst! Okay. Versuchen wir ihn mal zu verfolgen, damit wir, damit wir den Köder schlucken. Oh nein! Ich ergebe mich niemals! Also dafür, dass da jemand teilschen soll. Ich fresse Kinder und ähm... Kätzchen! Mit Conduits tun sowas gar nicht. Ah, okay. Kommen die jetzt, oder? Vollidiot! Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Welt! Spüre meine Kräfte! Verneige dich vor mir! Ihr müsst euch nicht verneigen, echt! Okay. Haben die jetzt? Ich schmelz euch die Gesichter mit dem kleinen Finger weg! Und... Kops im Bettbesser. Okay. Erfolgreich gestartet! Hey, hey! Verfolge mein Handy und sei kein Arsch! Ja, wir verfolgen das schon. Ich hab die Frage... Wohin verfolgen? Geht's auch langsamer? Ist mein erster Flugwind im Engel! Oh... Okay. Jetzt fliegt der komisch herum. Und hier sind noch nicht mehr dieser. Haben die anderen Entflüten das auch bemerkt? Das glaube ich schon. Denk ich mal. Wenn du... Ich will nur wissen, ob du weißt, wo du hinfliegst. Ich meine, wir könnten auch anhalten und nach dem Weg fragen. Kein Problem! Langsam geht der... Ich muss mich ein bisschen beeilen. Gut, dass ich die Näheren Fähigkeit habe. So gehst du nämlich auch ein bisschen schneller. Was ist oben? Hier oben. Ob das dein Versteck ist? Wir werden segern! Videoengel. Damit hätte ich rechnen sollen. Okay. Was blöde ist. War das schon alles? Okay, das fällt's einfach. Woah. Sehr gut, aber die gehen aber auf. Ah. So. Ich soll wohl nicht auf den Bildschirm schießen. Was? War das euer Zuhause? Lagert ihr da eure heiligen Scheine? Genau! Schieß weiter auf den Bildschirm! Ich glaube, das tut denen weh! Ich glaub's auch. Ja genau. Kommt nur! Ich mach euch alle fertig! So. 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 Okay. Wie viel bist du denn da? Bist du noch? Oh. Ich hab nicht mehr viel. Die zieht aber schwindig ab eigentlich. Ich hab nicht so von lieben her. Sehr gut. Oh. So. So. Ich mach's grad echt ernst. Ich hab nicht mehr viel Neon wieder. Und weiter geht's. Wow. So. Okay. So. 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 ich brauche wieder nernen kraft und weiter geht's sehr gut Viel Glück, Detective! So blöde Idee. Was zum Teufel. Das muss ich dir echt lassen, großer Bruder. Du machst dich toll als Köder. Was? Es hat doch funktioniert. Wir haben die Höhle des Engel-Konduits gefunden und schalten hinaus. Also, kommst du mit, oder was? Ich werde diesen Mist ausziehen. Und dann werde ich mich in den Schlaf heulen. Da unten muss ein Haufen seltsamer, stachliger Viecher sein. Und das, Bruder, ist dein Ding. Oh mein Gott. Sei doch nicht gleich eingeschnappt. Es war doch dein Plan. Okay. Okay, sehr gut, Reggie auf der Flucht, okay, da könnten wir jetzt weiter machen, aber Leute, ich würde sagen, ich will ihn mit dem Part, ich hoffe, es hat euch gefallen, nichts, aber geht es weiter, dann gehen wir in die Höhle des Löwen, kann man sagen, ja, und das wäre eigentlich ganz cool, so ein bisschen Reggie zu helfen, um die Bisschen immer zu zerstören, und ja, was es uns natürlich gefallen hat, könnt ihr gerne dauerungen umgeben, und bis zum nächsten Mal von Infamous Second Son.